Jérôme Boateng und Mats Hummels werden nach ihrer Ausbotung von Jogi Löw von ihrem Nachwuchs getröstet. Boatengs Patenkind bringt die Situation auf den Punkt. Jérôme Boatengs Patenkind Meila hat die tröstlichste Einordnung des Umbruchs in der deutschen Nationalmannschaft geliefert, Kopf hoch. Die sind doch balabala, sagte die Siebenjährige in einem Clip, den ihr Vater bei Instagram veröffentlichte. Der am Dienstag von Joachim Löw aussortierte 2014er Weltmeister kommentierte, Danke, dass du meinen Tag aufhältst. Meila, auch Hummels postete ein Foto mit Söhnchen Ludwig und schrieb dazu, Auch im Unterra, Mats Hummels mit Söhnchen Ludwig Urheberrecht Instagram.com Schrägstrich Außenrist 15 Löw hatte am Dienstag in München den drei Bayern-Staats Boateng, Thomas Müller und Hummels mitgeteilt, dass er den Neuaufbau der Nationalmannschaft ohne sie plant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017